Tomen treiben! Tomen treiben! Tomen treiben! Tomen treiben! Tomen treiben! Wer nicht ganz folgen konnte zu allen Zeitpunkten, die schriftliche Ausführung dieser Rede wird es in wenigen Tagen an der Mahnwache geben. Da kann man sich das abholen und nochmal nachlesen, was da alles drin steht. Ich glaube, das lohnt sich. Kurze Durchsage zum Schluss. Es ist ein brauner Handschuh gefunden worden. Ich weiß nicht, wessen Federhandschuh das ist. Holen Sie ihn hier ab und es ist ein Ring gefunden worden, ein silberner Ring. Da steht drin Canimsari oder Kanimsari. Wer das erkennt, der holt sich's bitte ab hier oben bei uns. Der Demo-Zug geht jetzt gleich von euch aus gesehen nach links, Richtung Lautenschlagerstraße und wandert zum Schlossplatz. Wir machen jetzt noch einen besonderen Schwabenstreich. Ich habe vorhin von den Wunderkerzen gesprochen. Ich hoffe, möglichst viele haben sich welche besorgt. Wir würden jetzt runterzählen von 10 bis 0 und würden dann die Wunderkerzen anzünden. Und dann würde ich Sie bitten, eine halbe Minute mit uns zu schweigen. Das Schweigen der Hoffnung. Wir haben viel gehört heute Abend. Es gibt viel zu verdauen. Ich zähle dann wieder runter, nachdem wir eine halbe Minute geschwiegen haben. Und dann kommt der Schwabenstreich mit freundlicher Unterstützung vom Lenkungskreis Jazz. Und das ist das Ende der 200. Montagsdemo. Und das ist das Ende der 200. Montagsdemo.